Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf der Südherman mit mir und dem Chris. Hallo. So, ich bin schon wieder dabei, dort die Wollpaletten zu verkaufen und da Carlo dort verkauft, oder? Nein, denn Mist macht für Lachen. Ah ja, für die Düngerproduktion, oder? Genau. Passt. Dann will ich schnell die Wolle verkaufen und dann komme ich zu dir helfen. Ja. Oder fällt Kuba an. So, jetzt wird gleich wieder Geld aufs Konto kommen. So, sind wir gleich da. Und ja. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das bei euch gefällt. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. So, und jetzt gehen wir Wolle verkaufen. Jo. So. Da eine und dann geht's. Jetzt kommt gleich wieder Geld. Er ist Kunkkalt. 8000. Ja. Passt, dann stelle ich den in die Fahrzeughalle, dann komme ich zu dir helfen. Warum lenkt mein G29 so schier? Da oben und dann ist gleich über die Brücken und dann sind wir wieder am Hof. Zeit damit wieder Tag wird, oder? Was sagst du? Ja. Weil ich hasse es im Dunklen zu fahren. So, geradeaus noch. Und dann da oben. Und ja. Jetzt bin ich falsch. Okay, boah. Jetzt bin ich falsch. Okay, boah. Also da oben. Ich habe es jetzt hier. Ich bin falsch. 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 Ich habe einen Karten gerufen Ok, dann mache ich das gleich Da war wieder eine Kollektion Aber mehr weiß ich gerade nicht Ja, das werden wir schon schauen Wo es zu arbeiten ist Dann lassen wir den Hinger da stehen Und gehen groben Oder mit einem tiefen Lokal Lass mich mal schauen wo der steht Ah, hier ist er Dann können wir durch den anderen abstellen So So Dann eine Runde mit einem schönen Deutsch fahren Und die 10 benötigt auch noch Kalk Ja Fuhren oder nach und grobern Ähm Ich würde Vor Ja Sonst kann ich das machen Dann kannst du gleich nach Schauen Ok, warte, dann hole ich schnell dein Deutsch Und dann komme ich Ja Schön in das Monster einsteigen Und dann geht Volle Beleuchtung und ja Und dann geht es Und dann geht es Ja Und dann geht es Ja Ja Ich bin startbereit Ich komme auf dann was ist da der lautet nächstes auf dann muss man noch zu machen nichts dabei wie viel kompost haben wir 55.722 kompost da müssen wir nach oben schauen bild zwitschgen und kirschen ob da schon wieder leer ist da ist schon wieder leerer kompost da müssen wir uns schnell was zum auffällen holen ja wenn ihr noch mods vorschläge habt was wir in das projekt mit einnehmen können schreibt gerne in die kommentare und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren das wird uns sehr freuen dann wissen wir eben ob bei euch das projekt ankommt wie ihr das feiert ob wir was umstellen können oder so in was ja so ich fülle dann mal kompost auf Aber gar kein Stroh Na, wo ist denn das? Na, wo ist denn das so Stroh hin? Oder haben wir das alles zu Ballen geprägt? Ich weiß es Gott nicht Ja, dann machen wir schnell was anderes Ähm Kann ich schon auch anfangen zu grobern? Ja Ja, war's dann kommen So, dann geht's jetzt gleich los So Dann sehen wir schon die erste Runde Und ja Ich kümmere mich jetzt gleich dann noch um den Mist Damit er in die... Ja, den kannst du in die Düngerproduktion schmeißen Genau Bitte Ja Und dann kann ich ja dann mit der Sähmaschine hinterher kommen Ja, ist ja direkt Zeit So, dann können wir das andere noch machen Und dann sind wir fertig Ja Der Däut hat schon 5,1 Stunden auch Ja Und da... äh... Und da... äh... John Dier hat 18 oder so Der Kaiser hat 15 Ja, schon früher Ja Ja Wir haben äh... gestern Abend Bei unserem eigenen Server Haben wir eingerichtet und so Auf der Ellenbach Warte, die Kunkle wieder Ja Bin wieder da Ja Also wir haben gestern Abend Auf unserem eigenen Server Eingerichtet Auf der Ellenbach Ja Und da haben wir Dann um 10 Uhr abends Haben wir nur vom Hof einrichten Und so Haben wir äh... Auf den meisten Trecken 4-5 Arbeitsstunden drauf Okay Ah, ich fühl den Mist schon einmal dort hinein Ja Damit ich schon einmal weiter arbeitet Ja Ja Und was wollen wir sehen? Ähm... Sonnenblumen, oder? Was schärbt Diesel ist? Achso, ja Können wir Oder warte mal kurz Ich muss schauen, was oben bei der Dieselpolk zu nehmen geht Ja Also da gehen Raps, Sojabohnen und Sonnenblumen rein Was von dem war ich Kannst du aussuchen Raps Oder? Ja Ja Macht euch So So meine lieben Freunde Wenn es euch gefallen hat Das Like nicht vergessen Schaut zur nächsten Folge vorbei Lasst gerne ein Like und ein Abo da Ja Ciao, gar Tschüss Ciao 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 Ciao